Ah, Gott, hey. Genau 500 Punkte. Damit bin ich zufrieden. Ja, warum habt ihr denn so ne gerade Zahl, Digga? Weiß ich nicht. Das war genau abgestimmt. Das haben wir ganz am Anfang schon ausgemacht. Ja, wir kriegen immer so, dass wir gerade Punkte haben. Also, mir fehlt nur noch ein halbes Level. Dann bin ich Experte. Wow. Alter, mir fehlen noch 5. Etwas mehr. Ja, 39 und minimal die Hälfte des mittleren Balkens voll. Man levelt halt so langsam ab einer gewissen Zeit. Es ist so scheiße. Ja, also als ich Marvin kennengelernt habe, ich kenne ihn jetzt seit fast einem Jahr, der war da immer noch, der war da schon eine Legende und ist immer noch kein Rocketier. Alter. Tämmerung. Okay. Oh, Wasser? Hä? Was ist das? Ja, und ich darf gleich nochmal die Küche putzen. Okay. Warum? Was hast du getan? Ah. Ähm. Ach, das... Und dann spielt ihr alle aus. Hast du versucht zu kochen oder backen? Nein. Nee, es gab so Baguettes mit Pizza drauf. Das hab ich nicht selber gemacht. Das wäre sonst auch schief gegangen. Ähm, es gibt ja diese Knick-Joghurts, weißt du? Ja. Die zwei verschiedene Dinger, die so aufeinander machen mussten. Ja. Ich hab's dann neben dir angewissen, jetzt hab ich das in der Hand gehabt und diese kleinen Kükelchen sind durch die ganze Küche geflogen. Nein. Wir sind jetzt blau. Okay. Aber wir sind ja eh noch im Match, dann passt das. Nee, meine, naja, wenn ich aufwenke. Ja, wirklich, ich hab das in der Hand und reiß es von dem Ding ab und über in der Küche sind jetzt diese Schoko-Dinge. Ach, nö. Super. Ich hab mal nicht krass. Schoko-Raspeln. Weg mit dir. Salabit. Das war gut. Aber den Joghurt esse ich jetzt trotzdem. Ja, kann man ja auch. Dann genieß ich's. Super. Danke. Er hat ihn reingehauen. Erstmal schön den Gegner abfacken für den Pass. Oh. Und drin. Okay, Jelte, es ist okay. Ah, falsche Taste. Kein Buß, kann ich fliegen? Nein. Nein, er hätte drin sein können. Au. Oh, oh. Mein Motor. Leute, ich fliege im Tor rum. Ich fliege an dem Ball vorbei. Genauso wie Held. Wir fliegen beide an dem Ball vorbei. Held wird extra vorbei. Und dann, wenn du einen Deckel kriegt. Wie auch immer. Ja, ich wollte mich eigentlich mit dem tauschen, der die Spikes hatte, aber... Kann man das auswählen? Nee, aber wenn du am nächsten, glaube ich, an dem bist oder so... Ja, du kannst also... Du hast mit diesem Viereck rum. Also so halbwegs kannst du's auswählen. Okay. Ich komme immer nicht aus dem Tor raus, wenn ich da einmal drin lande. Ich fahre immer an der Decke des Tors. Tigger, was war das? Das war taktisch. Guck, um das hier machen zu können. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein. Warum zerstört ihr mich die ganze Zeit? No way, no way, no way. Ich habe alles gemacht, nur keinen Rückpass. Digger, was geht hier ab? Ich weiß es nicht. Kann der mal aufhören, den Ball zu haben? Warum fliegt der immer an der Decke mit dem Ball rum? Legende, oder? Experte und die anderen beiden haben nicht angegeben. Los, flieg! Ah, doofer Trottel mit dem... Perfekt. Los, du schaffst es. Oh nein, er hat ihn abgefangen. Mach's das dann wieder. Ja, nur das Nemi-Profi, I don't know. Ich bin immer überlegen, ob ich das bei Experten hinmache. Wenn ich das hinmache und die sehen, dass ich Experte bin und ich bescheiße, dann muss ich auch abliefern, do you know what I mean? Ja, aber du lieferst doch eigentlich immer ab. Nein! Nein! Oh, nein! Mist! Also ich hätte da aktivieren müssen. So lang, wir sind die ganze Zeit gegeneinander gefahren. Nein, sind wir nicht. Einer von euch wäre... Ich fahr. Okay. Oh. Digga, bevor du nachher aufdenkst, darf ich dich da noch einmal kaputt ran? Okay. Ich werde gerne von dir gewinnen. Wo rein? Äh. Nein! Unser Tor! Was macht ihr da? Wir wollten kuscheln. Äh. Was? Digga? Ja, was machst du denn? Dritte Öffnung links. Das waren ja meistens nur gefühlt, jetzt liegen wir hinten. Du warst wie du zufährst, ich glaube hinten. Okay. Ach ja, ich muss ja Fuß holen. Ey! Der ist abgeprallt an ihm. Na, nächste Runde spie ich echt mit dem Gizmo. Gizmo sind doch diese komischen Gremlings. Und diesen scheiß Partikel von der Galaxie, diese komischen. Aber ich habe nichts, um ihn da rein zu schießen. Oh, man. Ich bin explodiert. Äh. Nein, er hat sich den geholt. Für den Digga. Fanker. Ich habe Spiked, ich habe Spiked. Ich habe, ich hatte ihn zu Digga gespielt. Ich weiß nicht, wo du stehst, Jeltsch. Sonst würde ich dir den Ball zupassen. Oh, ich bin weg teleportiert. Ganz, ganz andere Ende. Okay. Also. Warum treffe ich nie irgendwen? Lass uns den Boost dahinten. Achtung, der hat Zweigs. Ja, hatte ich auch. Er liegt auf dem Kopf. Das war der Auto im Kopf. Oh lol, Seda. Oh lol. Mit viel Fantasie hat er zum Kopf. Muss nur das rechte Auge zumachen, dann auf den Kopf stellen und vielleicht auch noch das linke zu machen. Ich habe den Magneten nicht nutzen können. Nein, nicht unser Tor. Oha. Schmeißt ihn weg. Der Gismar fährt sich ja umplastisch. Gefroren. Ach, nicht. In Ernst. Super-Tiger. Ja. Können Superheld sein. Ach, ich muss ganz dringend drehen. Warum zieht ihr den denn nicht mit dir? Komm, John, Junge. Kann den bitte jemand reinmachen? Der war jetzt noch zu hoch. Wir haben Spalk, wir haben Spalk. Ziger, zieh, ziger. Ich ziehe ihn. Okay. Was machen wir denn jetzt? Entweder wir spielen 4 gegen 4 oder wir spielen wieder 2 gegen 2 oder keine Ahnung. Habt ihr gewonnen? Nein. Aber 4 gegen 4, da ist viel zu viel los, finde ich.